Keiner glaubt, dass es gerade ihm passiert. Deshalb haben auch nur die wenigsten vorgesorgt. Dabei wird tatsächlich jeder vierte Deutsche berufsunfähig. Denn Gefahren können überall lauern. Zuhause, beim Shoppen, in der Freizeit, auf der Straße und natürlich bei der Arbeit. Die Folgen einer Berufsunfähigkeit sind oft schwerwiegend, vor allem wenn der Hauptverdiener einer Familie betroffen ist. Denn die staatliche Erwerbsunfähigkeitsrente beträgt höchstens 31 Prozent des Bruttogehalts, in manchen Fällen sogar nur 15 Prozent des Altenverdienstes. Daraus entsteht eine Versorgungslücke von bis zu 50 Prozent. Das Risiko tragen nicht nur Arbeiter in gefährlichen Berufen. Jeden kann es treffen, ob im Büro, auf der Baustelle, im Krankenhaus, in der Bank oder beim Haareschneiden. Denn auch die Gründe für ein Ausscheiden aus dem Beruf sind so vielfältig wie die Herausforderungen unserer Arbeit. Deshalb sind sich alle Fachleute einig. Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft ist ein Muss für jeden. Mit dem Berufsunfähigkeitsschutz WBK Bio-Risk. In der Schule werden die Weichen für das spätere Arbeitsleben gestellt. Deshalb kann man nicht früh genug über die Absicherung der Erwerbsfähigkeit nachdenken. Denn wer schon in jungen Jahren vorsorgt, ist später auf der sicheren Seite. Vor allem mit der neuen Wechseloption für Schüler und Studenten. Sie macht den Wechsel von einer Grundfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung in einen vollwertigen Berufsunfähigkeitsschutz günstiger und einfacher. Denn nach dem Berufseintritt ist keine Gesundheitsprüfung notwendig. Und die Beiträge bleiben dann auch erfreulich niedrig. Profitieren auch sie vom Wechsel in die starke Gemeinschaft. In Berufen mit körperlich aktiver Tätigkeit sind Gesundheit und Arbeitskraft oft das größte Kapital. Leider besteht in diesen Berufen auch das höchste Risiko, die Erwerbsfähigkeit zu verlieren. In manchen Branchen sogar mehr als 50 Prozent. Hier greift das neue Grundfähigkeitspaket PLUS der WWK. Mehr als 1000 Berufsklassen kommen optional in den Genuss erweiterter Leistungen. Durch die Wahl des PLUS-Pakets ist der Verlust von erweiterten Grundfähigkeiten jetzt abdeckbar. Damit sichert die WWK Arbeitnehmern eine regelmäßige Rente nach Unfällen, die körperlich anstrengende Arbeit nicht mehr erlauben. Bei Beiträgen, die deutlich unter der klassischen Berufsunfähigkeitsversicherung liegen. Mit diesem Plus an Sicherheit profitieren auch sie vom günstigen Schutz der starken Gemeinschaft. Wer beruflich Verantwortung für andere trägt, hat es jetzt mit der WWK leichter, auch die eigene Zukunft abzusichern. Mit der neuen Fach- und Führungskräfte BU. Weit über 100 Berufsbilder können jetzt in die Berufsgruppe A eingestuft werden. Damit werden für viele die Beiträge um bis zu 40 Prozent niedriger. Einzige Voraussetzung, mehr als 50 Prozent Bürotätigkeit und Personalverantwortung, beziehungsweise ein gehobenes Einkommen. Für den Akademiker-Tarif zählt also nur die jetzige Tätigkeit, nicht der Abschluss von früher. Damit geht die WWK in Führung. Und sie profitieren vom günstigen Schutz der starken Gemeinschaft. WWK-Versicherungen. Eine starke Gemeinschaft.